Heute zeigen wir euch wieder drei Übungen mit drei unterschiedlichen Stufen der Mobilität, dieses Mal für die Lendenwirbelsäule. Es ist häufig so, dass man durch sitzende Tätigkeit, durch viel Sitzen, eine Verspannung im unteren Bereich des Rückens verspürt. Es gibt viele andere Bereiche des Körpers, die darauf auch einspielen, einwirken, aber heute kümmern wir uns nur um die Lendenwirbelsäule. Wir führen das Ganze durch mit diesem Duo-Ball. Die Sarah wird euch jetzt die erste Stufe der Mobilität zeigen. Positioniert den Duo-Ball im Bereich der Lendenwirbelsäule, das bedeutet im unteren Bereich deines Rückens. Die Ellenbogen sind an der Seite auf der Matte positioniert und dann heben wir das Gesäß leicht hoch und rollen fort zurück. Du kannst durch die Ansteuerung über die Arme selbst entscheiden, wie viel von deinem Körpergewicht auf der Rolle drauf ist und wie viel du gegendrückst, also dass es vielleicht für dich ein bisschen leichter ist. In der Stufe 2, die Lendenwirbelsäule, den unteren Bereich des Rückens zu mobilisieren, nehmen wir ein bisschen mehr Bewegung mit hinzu. Wir legen uns dabei in Rückenlage. Die Sarah streckt jetzt ihr rechtes Bein und positioniert den linken Fuß ein bisschen oberhalb vom Knie, öffnet die Arme weit zur Seite nach außen und führt jetzt ihr linkes Knie rechts rüber. Wichtig ist dabei, dass beide Schultern und die Hände am Boden bleiben. Es ist für uns sehr gut, wenn der untere Rücken so mobilisiert wird, weil jetzt auch die Brustwirbelsäule mit mobilisiert wird und der Becken- und Hüftbereich. Und diese beiden Bereiche wirken häufig auch auf den unteren Rücken ein. Die neu gewonnene Beweglichkeit wollen wir jetzt wieder optimal fürs Gehirn festigen, im Nervensystem festigen. Dafür führen wir eine Bewegung durch, die noch ein bisschen größer ist, ein bisschen komplexer. Sarah geht in eine große Schrittposition. Die Fersen sind dabei auf einer Linie und eine Fußspitze wird zur Seite rüber gedreht. Sarah führt jetzt den linken Arm am linken Knie entlang nach unten und den rechten Arm gerne nach oben zum Himmel. Jetzt bringt sie ein bisschen Bewegung rein in das Ganze. Die Bewegung kann auch etwas größer sein. Die Hand kann mal vor dem linken Bein sein oder hinter dem linken Bein. Das Ziel ist es, dass der untere Rücken und der gesamte Rücken in Bewegung kommt. Das ist die dritte Stufe der Mobilität für den unteren Rücken. Wenn du alle drei Stufen durchgeführt hast und das Gefühl hattest, bei Stufe 1, ja, da ist so ein bisschen noch der Schmerz vorhanden, dann bleibe auch gerne immer noch bei Stufe 1. Das Ziel ist es irgendwann aber sehr gut, Richtung Stufe 3 zu kommen, um das wirklich zu verinnerlichen, auch für den Alltag. Wenn dir bei diesen Übungen das Ganze ein bisschen zu intensiver, zu hart war, in der Lendenwirbelsäule mit dem Duoball, dann nimm gerne alternativ die große Rolle. Von der Dauer empfehlen wir dir, vielleicht 15 Sekunden bis 60 Sekunden das durchzuführen. Das ist klar, je länger, desto intensiver ist das Ganze. Für weitere Videos und für Infos zum Personal Training, klicke einfach in den Link.